Was macht eigentlich einen gesunden Rücken aus? Das optimale Zusammenspiel zwischen starken Knochen, Sehnen und Bändern sowie elastischem Bindegewebe hält den Rücken beschwerdefrei und stützt ihn. Aber der Alltag kann in mehrfacher Hinsicht für den Rücken belastend sein. Körperliche Anstrengungen können dem Rücken schwer zu schaffen machen. Aber auch ein Mix aus wenig Bewegung und zu viel sitzender Tätigkeit ist ungesund für den Rücken. Zu viel Stress und Leistungsdruck belasten den Rücken zusätzlich. Die Folge, der Rücken schmerzt, weil die Funktionsfähigkeit seiner tragenden Strukturen beeinträchtigt ist. Diese Beschwerden sollten Sie ganzheitlich an der Ursache angehen und nicht nur die Symptome bekämpfen. Dabei hilft Ihnen Ranokalzin. Denn das wertvolle Calcium-Trio in Ranokalzin stärkt gezielt die Knochen. Kieselsäure fördert die Elastizität der Sehnen und Bänder. Kieselsäure und Calcium-Florid schließlich unterstützen die Flexibilität und Beweglichkeit des faszialen Bindegewebes. Kurz gesagt, Ranokalzin stützt mit seiner Kombination aus sechs mineralischen Wirkstoffen nachhaltig alles, was ein beschwerdefreier und beweglicher Rücken braucht. Knochen, Sehnen, Bänder und das fasziale Bindegewebe. Ranokalzin – nachgewiesen wirksam bei Beschwerden im Bereich von Rücken, Schultern und Nacken. Nur in Ihrer Apotheke erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich bin그�sex pasta. Untertitelungen.